Moin, herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Aufer Nordfriesischen Marsch, 4-fach-Map Version 1.9 ohne Gräben, ihr kennt das, ich sag das ja immer wieder und immer wieder und immer wieder. Montag aus Gabel, Montag ist Schontag, sagt man ja auch so schön, aber es trifft für uns nicht zu, wir sind voll in der Ernte drin, mittendrin, haben hier richtig viel zu tun, sind dabei Feld 26 zu ernten und das mit dem Abunkern sehe ich gerade oben mit dem Inspekt-Plugin oben links, hat funktioniert, super, bin stolz, bin sehr erfreut, könnte man sagen und ja, wir bringen jetzt noch einen zweiten Drescher auf das Feld und wir haben noch einen noch einen weiteren Abfahrer, das heißt ein Abfahrer ist im Moment nur aktiv, einer steht da noch in der Gegend und dann der hier, dann haben wir insgesamt drei Abfahrer, zwei Drescher, das sollte hoffentlich für Feld 26 reichen, das ist ja nicht zu den gewaltigeren Feldern, das fängt ja hier vorne schon an, wo wir jetzt gleich lang fahren, das was hier jetzt vorne, das Weizenfeld auf der rechten Seite, das ist schon Feld 26 und das geht da hinten fast bis zum Horizont. Wir gucken. Wir schauen mal. Wir müssen ein Stück weiter hinten anfangen. Wir schauen mal. So, den Abfahrer habe ich schon mal gestoppt und jetzt ist das nächste Feld fertig geerntet. Und der eine hat durchdrehende Reifen, ja, ich sehe es, kümmere ich mich gleich drum, erstmal eins nach dem anderen. Erstmal bringen wir den hier auf den Weg, das ist ja schnell gemacht gleich. So, ähm, bloß kopieren. Und wir haben aber den Bahnversatz nach rechts. Achso, ich habe Ihnen ja nicht gesagt, Ascha verbannt. Also da einstellen. Also da einstellen. Also da einstellen. Also da einstellen. Das sieht doch gut aus. Okay. Das läuft. Schön. Den anderen Abfahrer hier noch am Start bringen. Aber die können eigentlich auch mal eben hier, das ist jetzt welches, wo bin ich jetzt? Halt 16, ja, alles klar. Okay. Okay. Achso, ja, okay. Äh. Feld 26. Da geht er da hin. Und den nehmen wir auch gleich auf den gleichen Kurs, ne? Dann haben wir hier drei Abfahrer. Das soll wohl schon schief gehen. Und den? Ja, ich glaube, wir haben ja auch gleich ein bisschen Axion. dann mal noch einen durchdrehenden Reifen und der soll 26 Eier und einen Drescher suchen jetzt müssen wir gerade anfahren Und was hat er jetzt für Probleme? Oh, lass mich mal hier. Weg. Ja, die erste Runde da vorne könnte es auch noch doof werden. Schauen wir mal. Ist hier noch auf Feld 6. Und ja, das abruhen kann da mit dem MB-Trag. Das funktioniert schon. Das ist schön. Mit dem hier. Funktioniert es jetzt auch bald. Gut. Also da. Oh, toll, toll. Ja, jetzt fährst du da wieder gegen. Sonst komm, mach schnell. Schnell runter ab. Ah, shit. Schaff da nicht mehr. Also. Doch. Okay, was machen wir meine Lexi ohne? Drei sind auf Feld 26. Einer ist auf Feld 7. Ich muss doch mal eben durchsteppen. Irgendwas war da doch noch. Der wartet. Gut. Der drischt. Der hier ist nämlich fertig. So, das heißt, ich gehe jetzt auf Feld 18 mit dem Drescher. Und, äh, mach da dann weiter. Das hier alles wieder ansehen, das wird ja auch noch. Moin Hermann wird das ja noch. Das Feld 17 gehört uns ja nicht. Ich habe ja nix drauf zu suchen. Feld 18 gehört uns. Dafür können wir hier quer durchfahren. Das ist schon mal sehr gut. So, dann kann ich mir direkt hier ein Feld 18. Ich muss unbedingt aufräumen. Das sage ich jedes Mal, wenn ich hier reingucken. Wo ist denn das zu sehen? Wo bin ich denn jetzt? Ja, okay. Alles klar. Nichts Schlimmes. Nichts passiert. Nichts Schlimmes. Ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht. Deshalb sollte das ein Feld 17 Jahre her sein. Also, als ich jetzt hier noch ein Laud. Ich bin ja nicht. Ich befinde mich, ihr ja nicht. Aber das wird mir jetzt funktioniert. Und Sie sind nicht schade damit. Ich bin ja auch noch nie. Ich bin ja nicht. Die Ahnung. Ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht. Hier bin ja nicht. Oh. Oh. Und da können wir dann schön am ersten Wegpunkt anfangen. Bescheuert. Hallo? Ich weiß nicht, wie du mit dir hingekommen bist. Ich weiß nicht, was du hier willst. Aber richtig war das nicht. Wird er mit einem Faschauer zum Abtunnen? Nee, keine Ahnung. Was will er denn? Ah, dahinter Drescher. Achso, hinter dem. Ja, okay, alles klar. Cool, okay. Passt. Versiebenen. Ja, super. Nur richtig. Okay, passt. Versiebenen. Versieben. Viert, achtzehn. Nur den Abfahrer dafür. Und der ist auch fertig hier. Viert, sieben ist fertig. Ja. Oh ja, wo haben wir sie denn? Was ist er denn? Das ist ja hier mal völlig falsch. Völlig daneben. Oh, MB-Trag durchdrehen, gehen wir nicht auf die Eier, ey, echt. Komm, wenn die erste Runde gleich erstmal rum ist von dem hier, dann wird das hoffentlich alles ein bisschen entspannter. Im Moment ist es ja dann doch eher anstrengend. Das ist ja dann doch eher anstrengend. Ich muss unbedingt mal die aktuelle Cosplay-Version installieren, ich weiß, ich habe eine alte Version. Leute, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst einen Kommentar, ein Like oder ein Abo. Kommt mich bei Facebook besuchen oder kommt auf meine Homepage. Wir sind hier um 13.de. Und ja, in diesem Sinne sage ich erstmal Ciao, bis morgen, Dienstag bei der nächsten Ausgabe.